hallo freunde und herzlich willkommen auf unserem youtube kanal tabletop stuff in dieser folge wir vielleicht schon erkennen könnt geht es speziell wieder um unsere pazifik kampagne denn wir haben diesmal etwas unterstützung erhalten von dem netten daher von fantasy train de und zwar handelt es sich dabei um zwei modelle aus den 3d druck bereich einmal wie ihr hier schon erkennen könnt um einen bunker um eine stellung und dann aber auch um ein artillerie geschützt um eine kanone speziell für die japaner das schauen wir uns jetzt einmal im detail an und natürlich auch den bemalten zustand also bleibt dran so wir haben jetzt hier zum einen einen bunker ja im prinzip jetzt nicht diesen typischen bunker ja die man jetzt so vom atlantikwall kennt oder ja siegfried linie oder ähnliche befestigungslinien sondern hier schön praktisch mit holz palisaden das ganze ausgekleidet auch so dass sie sich hier praktisch wie ja in so einer art hügel eingegraben haben und das hier halt entsprechend mit holz palisaden ausgekleidet haben man hat hier mehrere sichtbereiche sicht lücken fenster gelassen in dem 3d druck und hat jetzt hier oben auch sehr passgenaue verbindungselemente wo man ganz einfach jetzt hier das dach auch drauf setzen kann es wirklich passgenau da ist nicht zu wenig und nichts zu viel so kann man während des spielens ganz einfach abnehmen und wieder drauf setzen ja und man hat hier halt wie gesagt einen sehr schönen sichtbereichen sehr schönen winkel wenn man das gelände aufstellt und ja das sieht wirklich ganz klasse aus wenn man sieht jetzt ich habe selber noch nie irgendwie in 3d druck jetzt besessen oder bemalt man kann es hier auf der kamera ganz gut sehen diese typischen ja feinen linien die man halt so im 3d druck hat wer sowas jetzt nicht mag kann das sicherlich jetzt hier im nachgang noch mal ein bisschen abschleifen dass das alles ein bisschen abgerundeter halt aussieht aber so schlimm finde ich das jetzt hier an der stelle gar nicht vollkommen normal und wenn das halt wirklich ein schönes geländestück auch hier hinten habt ihr praktisch noch mal den eingangsbereich wo was man auch ganz locker mit sie erweitern könnte wenn man jetzt hier so ein graben system hat um das jetzt hier dann mit einzulassen finde ich ganz klasse auch diese grundplatte hier wo das draufsteht und halt hier oben auf dem dach auch noch mal ja diese erde die man jetzt hier praktisch symbolisiert eigentlich ganz schön gemacht hier seht ihr noch mal die unterseite und was ich besonders gut finde ist der platz jetzt hier drin in dem bunker da passt wunderschön so eine 60 mm base rein man hat immer noch ein bisschen luft an der seite ja und da kann man halt hier wunderschön jetzt ein geschütz reinpacken oder mg stellung was man halt typischerweise jetzt hier auf so eine 60 mm base platziert und das finde ich wirklich klasse also weil man hat ja häufig geländestücke da passen die einheiten jetzt halt nicht rein dann stellt man irgendwie was davor und dann ist man sich während des spiels dann nicht mehr sicher würde das jetzt zu der einheit oder nicht von daher finde ich das eigentlich ganz praktisch wir können jetzt hier auch noch mal testen damit eine vorstellung gehabt wie viele einzelne miniaturen jetzt hier so reinpassen würden jetzt mal exemplarisch offizier mit ein paar seiner getreuen also man bekommt jetzt hier mit base halt vier leute locker rein so gut und den rest wenn man jetzt sagt hier ist einheit xy drin die platziert man teilt hinten aber schon alleine dass man jetzt hier so machen team oder geschütztes hier platzieren kann das finde ich schon wirklich echt klasse das ist echt gut bedacht ja aus einer proportion her ist das auch absolut 28 mm das würde ich definitiv unterschreiben ja das ist wirklich klasse also sehr schönes modell ich bin mir nicht sicher ob ich das geländestück bemalen werde oder christian ich glaube christian hatte sich da schon mal angemeldet der wird das höchstwahrscheinlich dann bemalen und ich werde das nächste geländestück beziehungsweise die nächste einheit die wir von fantasy terrain bekommen haben einmal zeigen so das ist eine tüte vollgepackt mit tollen sachen und zwar ist das eine japanische 75 mm flack vom typ 88 also eine flugabwehrkanone der japaner die sie damals eingesetzt haben und zwar waren die eigentlich mehr auf schiffen verbaut und auch auf diversen marine stützpunkt und ähnlichen und am späteren kriegsverlauf wurden die halt immer mehr auch verwendet das ist eine kanone die auch schon etwas früher gebaut und konzipiert wurde das war glaube schon 1914 rum wenn ich mich recht erinnere und ja das ist eine schöne erweiterung also so ein modell gibt es jetzt direkt von warlord games oder von einer anderen großen mini schmiede im ww2 bereich jetzt nicht meines wissens nach von daher ist das eine echt gute ergänzung man hat hier jetzt schon mal eine riesige base ich weiß jetzt gar nicht wie groß die ist aber riesig müsste ich gleich noch mal abmessen weiß ich jetzt gerade nicht und ja einen ganzen haufen an miniaturen die natürlich jetzt alle noch in diesen typischen 3d drucker konstrukt ja hängen die muss man natürlich erst mal alle lösen und mal gucken dass ein bisschen scharf wird ja das ist klar normalerweise meines wissens nach müssten vier oder fünf miniaturen zur verfügung stehen gucken wir mal das sind 1 2 3 4 5 tatsächlich also vier mann besatzung und dann könnte man noch einen spotter nehmen und der rest davon müsste dann auch die kanone sein ja hier hat man schon mal den lauf und teil vom lauf und hier im prinzip die arretierung von dem ganzen die sind natürlich hier in diesen diesen gerüst noch drin das müsste man natürlich jetzt alles noch entfernen ich habe damit so noch gar keine erfahrung auch was das bemalen jetzt von so 3d drucken anbelangt weil es mir glaube unterschiedliche resine die man da verwendet unterschiedliches material aber ja ich bin mal gespannt auf jeden fall hat das modell hier auch eine menge details hier hat man jetzt einzelne geschossen das kann man natürlich hier wunderschön auch auf dieser großen base dann verteilen man hat hier auch noch munitions kisten hier wie gesagt sind gewehre mit dabei hier hat man nur noch die hülsen verschossene granaden und hier ist auch noch mal was also die kanone sieht so ein bisschen aus wenn die fertig ist wie die 88er der deutschen halt nur ohne kanonenschild und der ungefähr ein ähnliches kaliber ja und die miniaturen die sind wirklich auch was ist scharf bekommen das ist jetzt hier der soldat der wahrscheinlich das ganze bedient dann hat man hier einen loader der hier gerade die granate zuführt also vom guss her wirklich top ich würde das jetzt so ein bisschen einschätzen wie bei rubicon ungefähr so true scale wird das sein also wirklich sehr schöner 3d druck dann noch man soll daten auch noch mal dazu führt details wird man natürlich da noch mal ein bisschen genauer sehen wenn ich das ganze normal also das werde ich dann definitiv bemalen das ist klar hier haben wir auch noch mal ein der nach so oder sind die praktisch zwei soldaten jeweils die das ganze bedienen und die restlichen führen nach beziehungsweise das muss ich mal eben gucken das wird der spotter sein hier genau das ist der spotter sieht man gerade ein bisschen schlecht weil das konstrukt hier so davor hängt so ein typischen tropen hütchen auf sage ich jetzt mal also hier gegen moskitos so ein bisschen was jetzt gerade nicht wie man das nennt und ein fernglas und hebt so ein bisschen die hand das ist dann das spotter also wirklich so was ich erst mal sehe und sehr schöner druck ich werde euch das jetzt wie gesagt einmal zusammenbauen das dürfte jetzt nicht sonderlich schwierig sein und vor allen dingen das ganze bemalen und dann zeige ich euch das noch mal in summe der bunker bzw die bemalung von dem bunker das wird höchstwahrscheinlich im separaten video erfolgen von christian ich wollte euch den jetzt nur schon mal vorstellen und ja dann würde ich mich melden wenn ich damit fertig bin aber natürlich noch in diesem video jetzt kann ich euch das modell im bemalten zustand einmal präsentieren die anti aircraft gang vom typ 88 75 mm für die japaner kostet in der aufstellung 96 punkte wenn ihr sehr unerfahren haben möchtet 120 punkte als reguläre einheit oder aber auch als veteran für 144 punkte alt gedient ist eine teamwaffe natürlich mit vier mann besatzung und ihr habt die möglichkeit einen zusätzlichen spotter dazu zu kaufen für zehn punkte die waffe gilt als schwere anti tank an und hat als spezielle regeln natürlich die teamwaffen regel fix wie man es halt kennt bei solchen waffen typen und auch flack besonders erwähnenswert ist dass man diese waffe auch als leichte haubitze abfeuern kann also praktisch die regeln für die leichte haubitze auch anwenden kann ja das ist eine super tolle erweiterung für die japaner ihr findet die regeln dazu auch noch mal in den kampagnen buchen new green air da ist das ganze noch mal abgebildet also ihr findet das jetzt nicht im allgemeinen regelwerk armee buch der japaner sondern in diesem kampagnen buch hier auch noch mal im detail die einzelnen elemente zu dem modell wir haben hier und was das finde ich halt besonders schön noch mal ein paar zusätzliche gimmicks die dabei sind und zwar zum beispiel diese waffen pyramide also die zusammengestellten gewehre die die soldaten natürlich nicht einfach nur irgendwie lose neben das neben die kanone ablegen sondern dann halt so dass sie dann auch jederzeit die gewehre aufnehmen können das finde ich toll gemacht das habe ich extra auf eine separate base geklebt die war jetzt nicht mehr dabei das gleiche gilt dann halt auch für die munitions kisten mit den granaten und hier habe ich auch auf eine separate base geklebt und ja ich finde das halt ganz klasse weil das das modell einfach noch mal ein bisschen lebendiger macht wenn diese sachen ringsherum verteilt werden können aber auch dass man die option hat sowas zum beispiel auch als so missions ziel mager zu benutzen also da ist man eigentlich vollkommen sich selbst überlassen wie man das dann halt verwendet also ich finde es klasse dass das sowas halt mit dabei ist gleiches gilt auch für den spotter das ist dann der soldat der da die hand hebt die anderen zwei soldaten gehören ja dann direkt zu der kanone die da die granaten zu führen und zwei besatzungsmitglieder sind ja dann direkt an der kanone dran im direkten vergleich habe ich euch jetzt noch mal die 88er der deutschen daneben gesetzt die ich bereits habe das ist das modell von war not games und da könnt ihr euch jetzt ja im prinzip vorstellen wie groß das ganze ist aus ungefähr gleich groß wie die kanone der deutschen ihr habt bei den japaner also bei dem bausatz dann auch eine rund base mit dabei die 110 millimeter im durchmesser ist und ja ich finde das klasse ihr könnt auch wie gesagt die kanone zwar jetzt nicht im neigungswinkel verändern ihr könnt ihr dann aber hier 360 grad beliebig bewegen ist es und praktisch hier nur so ein kleiner sockel woher die dann drauf setzen könnt und so ist das im spiel dann auch schöner zu handeln als wenn man jetzt das ganze base dreht das ist mir hier damals bei dem war lot games modell da nicht gelungen das war ein bisschen kniffliger die hatte glaube auch diese option aber das modell das war echt unterirdisch also hier das war wirklich gar kein problem auch was diesen druck anbelangt die mini ist wie gesagt die sind wahrscheinlich so ein bisschen tools gehen also aber wenn man sich jetzt hier die älteren war lot games modelle anguckt ist das ähnlich ansonsten haben die modelle ja auch immer so ein bisschen diesen hero scale von war lot aber ich finde das hier richtig toll also das modell gefällt mir richtig gut und ich kann es auch nur empfehlen und wer sein armee ergänzen möchte und er hat hier auf jeden fall eine schöne kanone zusätzliche artillerie die er für seine japaner einsetzen kann auch eine starke artillerie und ja wir werden die höchstwahrscheinlich dann auch schon direkt im nächsten spiel einsetzen und ja dann sind wir mal gespannt ok jetzt habt ihr mal diese zwei modelle gesehen den bunker wie gesagt den wird christian dann noch fertig machen den wird ja noch mal schön bemalen und wenn das mutter dann soweit fertig ist werden wir euch das doch mal zeigen und wenn christian jetzt noch irgendwie was auffällt was dann jetzt speziell zu dem modell erwähnenswert ist würde das natürlich auch noch mal ansprechen ich in besonderen fand jetzt die kanone wirklich stark aus mir hat das modell sehr gut gefallen besonders weil es wirklich einfach jetzt ja zusammenzubauen war auch das herauslösen aus diesen 3d druck gerüst wo ich zu anfang dachte dass das ein bisschen komplizierte war eigentlich ziemlich easy teilweise konnte man das wirklich mit dem finger so rausbrechen ohne dass man jetzt ein bastel messer oder ein cutter messer braucht um das zu lösen es gab nur eine knifflige stelle praktisch an der sitzfläche wo die einzelnen soldaten jetzt hier platz nehmen um die kanone zu bedienen weil die diese sitze selber ja auch nur an praktischen ganz dünnen gestänge hängen und dann ringsherum dieses 3d konstrukt ist da war es ein bisschen schwieriger das zu lösen also ist bestand praktisch die gefahr dass man das hätte abbrechen können da muss man an der stelle ein bisschen vorsichtig sein ansonsten wie gesagt kann man schon fast mit dem finger die einzelnen sachen lösen ja wie gesagt wenn man das jetzt auch direkt vergleicht mit so einem guss wenn man nur alleine die miniaturen betrachtet ist wirklich super außer vom detailgrad her auch was ich sehr erstaunlich finde und ja auch das bemalen an sich ich weiß jetzt nicht ob es dann jetzt verschiedene arten von resinen gibt mit dem man halt diesen 3d druck erzeugt da gibt es wahrscheinlich auch qualitätsunterschiede also diese qualität war auf jeden fall super also das bemalen an sich ich habe da jetzt keinen unterschied gemerkt dass jetzt irgendwie das probleme gab beim bemalen dass die farbe irgendwie nicht richtig angenommen wurde oder ähnliches da habe ich auch null null probleme gehabt und wie gesagt besonders gut gefällt mir halt auch an dem modell die ganzen kleinen gemäxener diese patronen granathülsen die man hat also die verschossenen dann noch zusätzliche granaten und den denn denn die waffenpyramide und halt auch die waffen kisten die munitions kisten und ja das ist echt ein klasse modell und ich freue mich dass dann halt auch schon einzusetzen und ich möchte nur an der stelle mich noch mal herzlich oder wir möchten uns noch mal herzlich bedanken bei fantasy terrain de beziehungsweise bei daniel vom fantasy terrain der uns das zur verfügung gestellt hat und wenn ihr auch interesse an diesen modellen habt dann könnt ihr da gerne auf jeden fall vorbeischauen ich werde das entsprechend verlinken in dem video das ist da auch nicht das einzige modell es gibt jetzt glaube ich von den japanern auch eine etwas größere range ich glaube dann gibt es noch einzelne miniaturen bin ich der meinung aus ich habe da veteran gesehen ich habe auch flammen werfer gesehen es gibt glaube auch häuser und allgemein bietet der shop auch alles mögliche an 3d drucken auch an also gerade im gelände bereich ist würde sehr sehr viel angeboten auch jetzt abseits vom historischen fantasy skyfi ist ja wirklich eine menge stuff und ja schaut euch da mal um und ja da würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video bis dahin so so so